Geld! Ja, 5 Cent! Ich habe es gewusst! Ich habe meinen Fischer Aquanaut mal ein bisschen getunt. Und am Gürtel macht es sich wesentlich besser. Da ist es nicht so schwer. Mal sehen, was man hier im Wasser so findet. Vielleicht ist hier der ein oder andere Ring versteckt. Oder ein Goldschatz. Man wies es ja nicht. Habe ich mir hier noch diese Schaufel gebaut. Das ist ein komisches Signal. Mal gucken, ob die Schaufel funktioniert. Ein bisschen. Ist immer noch da. Da ist alles nicht so einfach unter Wasser. Angeblich habe ich es jetzt hier drin gehabt. Ist wieder rausgefallen. Toll. Das ist eine Sch***. Funktioniert nicht. Das wird es ja wohl nicht sein, hier ein Stein. Oh, ich glaube, ich habe es hier gefunden. Geil! Also, Schaufel funktioniert. Allerdings nur Bierdeckel bis jetzt. Aber es hat natürlich einen Pluspunkt. Es ist alles nicht so dreckig. Man hat dann gleich gewaschen. Geld! Ein Pfennig. Ein deutscher Pfennig. In der Bundesrepublik Deutschland. In der Bundesrepublik Deutschland. Ja! Ein Euro! Sieht doch schon. Das Geld. Geil. 50 Cent. Ja, da habe ich meinen Pinpointer. Mit. Wieder ein Nagel. Das kann doch nicht der Tag der Nägel sein. Noch ein Bierdeckel. Was auch immer das für ein Bier sein soll. Ich weiß es nicht. Sieht komisch aus. Also, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass man eigentlich fast nur Müll findet. Dafür hat man einen Pinpointer und macht einfach Spaß. Eine Haarspange. Oh, das ist ein richtiges Schütte-Signal. Das kann ich sofort orten. Und jetzt ist ein Bierdeckel. Wie mir das schon dachte. Dann werfe ich den hier gegen, damit der Sand abgeht. Dann stecke ich mir den ein. Super. Ein Pfennig. Ein deutscher Pfennig. Schon wieder. Mann, kann ich mal 5 Meter laufen? Alle Sekunde ist hier ein Signal. Das kann doch ja nicht wahr sein. Wollt ihr mich rollen? Nagel. Oh. Bleibt nochmal hier. 1 Cent. Ein moderner Eurocent. Den irgendjemand mal hier irgendwann verloren hat. Und den habe ich jetzt gefunden. Um mal zu demonstrieren. Der Sekon German Professional für 280 Euro. Also, das ist jetzt nicht gerade so. Man kann den aber hier noch auf Dauersenden machen. Und erkennt er das ein bisschen weiter noch. Aber Dauersenden, das ist nicht so meins. Ja, ist ja gut. Aber ich finde ihn ganz gut. Ich habe dafür auch keine 280 Euro bezahlt. Und deswegen freue ich mich natürlich. Ich meine, wer macht denn schon so was? Verkauft sich denn schon einen Pinpointer für 280 Euro? Das halte ich ja für sehr, ähm, naja. Wehe es ja nicht. Oh, hör auf rum zu heulen. Und da haben wir auch schon das nächste Signal. Ein Bierdeckel. Hätte das gedacht, dass man so was heutzutage noch findet. Also besonders hier liegen nur Kippen rum und Bierdeckel und Dreck. Versteht das nicht, wie man so einen See so versauen kann. So Leute, die müsste man... Und ich sammle den Shit hier auf, oder was? Ja, euch mein ich. Ihr B****er. Mit eure Umweltverschmutzung immer überall. Ihr habt überall Mülltonnen. Da stehen sie überall rum. Eins, zwei, drei. Aber da liegt nie ein Bierdeckel drin. Und sei denn, ich hab den da drin geschmissen. So, der Shit jetzt hier, eine Schraube. Das macht so einen Spaß heute wieder. Geh jetzt mal woanders hin. Ich mag da irgendwo ein Space geben, wo es nicht nur Säufer gibt. Wo auch mal ein paar friedliche Menschen sind, die Geld verlieren und Uhren. Warum finde ich eigentlich immer nur Säufer und Pfennige, ey? Könnte da nicht auch mal was größere dabei sein? Pff. Hier gibt es übrigens kein artefaktmäßiges Geld. Hier liegen nur Cent und deutsche Pfennige rum. Und älteren gibt es hier nicht. Das ist ein Baggersee. Pff. Kann ich auf die Münzen rumkratzen, wie ich das möchte. Die nehm ich und da kauf ich mir Benzin von. Damit ich wieder rumfahren kann und woanders suchen kann. Ein Cent. Ist diesmal was anderes außer einem Bierdeckel drin? Ja, ein Hering. Der ist sogar noch gut. Ein Hering. Super. Den nehm ich mir mit für mein Zelt. Den kann ich noch gebrauchen. Also hat hier mal jemand gezeltet. Und gesoffen. Wie immer. Und vielleicht hat der Zelttyp auch was verloren, was ich gut gebrauchen kann. Ein Bierdeckel zum Beispiel. Ach du Scheiße. Das zieht mir Witter auf. Da geht ja kein Bock drauf. Ich wollte hier in Ruhe suchen, ey. Und mit einem Metalldetektor in der Hand wollte ich eigentlich nicht in der Witter stehen. Wer weiß, was da passiert. Das hört sich ja heftig an da hinten. Und das sieht dunkel aus. Ich glaube, ich hau ab. Keine Angst. Mutti, ich hab alles. Schnell noch was suchen. Bierdeckel. Geld. Das zieht hier her, ey. Das kann nicht wahr sein. Da wollte ich mir heute mal einen schönen Suchtag machen. Dann kommt jetzt ein Gewitter oder was? Das ist für ein heftiger Gewitter. Geld. Ja, fünf Cent. Ich hab das gewusst. Ich muss hier weg. Die Gewitter naht. Hier liegt noch mehr Geld. Vielleicht naht auch ja kein Gewitter. Das war nur das Flugzeug. Oder? Siehste? Kommt gar kein Gewitter. Alles schön. Geht denn mein Pieps da noch? Hm. Gehen die Signale hier? Ist aber schön. Boah, ich seh's schon. Geld. Wer hätte das gedacht? Zwei Cent. Wieder mal. Bin ich um zwei Cent reicher. Baut nicht mehr lang. Bin ich Millionär. Das soll hier mal wieder. Geld Ich glaube, das war mal Sogar die DM Aber die alten Pfennige, wenn die erstmal eine Weile am Boden liegen Dann sind die irgendwann total im Arsch Und spalten sich Und werden von der Natur verspeist Wie sich das hier hört Die Natur kümmert sich schon darum Die verspeist alles Also das ist ein riesiges Ding Was auch immer das ist Das ist groß Kommt doch nirgwetter, oder wat? Mann, ich will hier in Ruhe puddeln Ich hab gerade was großet hier vorne Ich bin ganz nah dran Doch immer das ist, ich kaufe keine Metalltüte Metalltüten mag ich nicht Oh ja, ich merk wat, da ist wat hartet Könnte ne Schatztruhe sein Da ist jemand Da ist meine Sachen da liegen Das klatschigt ja jeder Dass die Sachen da liegen Sonst klatscht Aber ganz gewaltig Kollege Taucher Wir sind hier wieder an An dem selben Strang Ja, ich drehe mich gleich mal um Den Seher, den Spacko Was ja meine Sachen da liegen Ich bin hier gerade so schön am suchen Und dann kommt da einer Und will da jetzt meine Sachen anfassen Oder wat Gibt das ja nicht Oder mich zulabern hier Von wegen Gold gefunden und so Wisset ja nicht Irgendwat ist da unten Ich wisset nicht was das ist Aber ich werde das rausfinden Ich lasse mich hier nicht Da sehe ich wat Da ist irgendwas Eine Truhe vielleicht Das könnte ne Luga sein Wisset nicht mal hoffentlich Oh Oh Jetzt die Schippe unterverwogen Das hat man davon Wenn man sich so eine Schippe Für 2 Euro gekauft 2,79 Euro hat die Schippe gekostet Oh Jetzt bricht die schon ab Mann ey Will hier jetzt keinen Sturm haben Muss hier arbeiten Hier mitten im Budden Ja das ist ne Art Stahlträger Mehr ist das nicht Hier ist sowieso kein Schatzvergramm Im Baggersee Oder der Schatz vom Baggersee Habe ich da irgendwo schon mal gehört Die Scheiße So ne Art Kreuz ist das Ne Art Stahlträgerverkreuzungssache Ja das sind Stahlträger noch hier von der Baustelle Ist ja auch hier alte Baustelle Hier ist nichts Alles nur Krab Die habe ich schon mal ausgewollt So ein Scheiß Da habe ich keine Lust noch mal drauf So was ist jetzt Alter Meine Sachen Das sind meine Sachen Alter Die Schwimm oder halt die Fresse Was ist das denn Was ist denn das Was ist das Was ist das Sieht aus Könnte Ich weiß es nicht genau was das ist Aber es könnte Vielleicht Ich weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht was das ist Hier ist ein Vieh Das könnte alles mögliche sein Ich lasse es mal lieber hier Falls irgendjemand weiß was das war Schreibt es in die Comments Ich weiß es nämlich nicht Es sah sehr komisch aus Das wird da hinten immer dunkler Aber der Wind von wo kommt der denn überhaupt Schwimmt in der Los ab sag ich dir Mann heul doch mal hier nicht die ganze Zeit rum Das sägt doch schon Geld wieder liegen Zwei Cent Die Witter kommt immer näher Langsam kriege ich wirklich Angst Weil ich bin nicht so der Fan von den Wittern Kann mich da erinnern Dass da mal so was passiert ist Mit dem Gewitter Da war einer mit dem Gewitter Und Dann ist irgendwas passiert Und der schwimmt jetzt über den See Alter der Taucher hier Der spinnt doch nicht mehr Der spinnt doch nicht mehr Jens richtig Sieg's doch nicht Was ist denn los mit dir Pinpointie Ist schon so verrostet aus hier der Boden Das kann doch nur ein Nagel sein Oder so ein Schiff Ist eigentlich eben eine Schippe abgeblieben Sag ich doch Hat einen Riesennagel Könnte natürlich einer der Nägel sein Wo damals die Leute gekreuzigt wurden Die Witter kommt immer näher Sonst verstecke ich mich irgendwo im Unterschlupf Oder gehe nach Hause Ich habe Angst Zieht bestimmt vorbei Spielplatz habe ich schon untersucht Da liegen nur Bierdecke Und wieder Geld Zwei Cent Das ist schon passiert Woher geht es? Sehr gut Dann kann es nur auferen Hey! Oh ja! Von da ist ein T 있습니다 Ja, von da ist es Der Natur zuliebe nehme ich den Müll auch mit. Nicht nur, damit mein Strand hier frei wird vom Dreck, damit ich mehr Geld finde, sondern auch damit die Natur schöner ist. Aber das ist im Vergleich zu dem, was hier überall rumliegt. Und so viel Silberpapier, das gibt es doch gar nicht. Dann können die Stullen nicht in eine Brotbox packen, oder was? Danach müssen die Silberpapier packen und dann schmeißen sie das hier hin, oder was? Was soll denn der Scheiß? Ist doch nicht schön so was? Die dürften hier ja nicht hin an den Strand, so Leute. So was muss unter Strafe gestellt werden. Der ganze Strand hier ist verseucht. Ich kau' ab, der Wind hat gedreht. Der Wind hat gedreht und der Scheiße, der Witterfuck kommt immer näher. Wenigstens ein paar Euro. Ey, was war das? Ein Signal zum Abschluss? Kann nicht schaden. Ein riesiger, fetter Scheißnagel. Alter, jetzt hol' ich gar wirklich ab. Komm' ich ne andermal wieder. Fazit, super geil ohne Ding da dranne. Super leicht. Wiegt jetzt ja nichts mehr. Wiegt das. 200 Gramm, 300, 400 vielleicht. Nischt. Nischt. Ein Witz ist das. Nie alle drinnen. Guck mal, ey. Ich muss hier weg. Mutti. Das ist meine Mülltonne. Die benutze ich regelmäßig. Einen Hering brauche ich doch nicht mehr. Ja. Ja, dann mal reingucken wir hier, so was da alles so schön drin ist. Mal auf die B***e. Heute wieder Kindering. Ach, hier in ihr Wetter. Zum Glück bin ich nach Hause, Jan. War doch in ihr Wetter. Hab's doch gewusst. Was hier in ihr Wetter war. Nee, Wetter, Alter. Die sind überall. Ein Euro und 62 Cent habe ich heute gefunden. Und drei Pfennige. Alte. Vergammelte. Koffert Video hat euch nicht gefallen. Tschüss.